fallspitzen das wollte ich doch machen so das ist natürlich von diesem fetten erdkrater hier der volles mit wasser ich mach mal noch eisen fallspitzen was haltet ihr so von 500 eigentlich habe ich glaube ich komme jetzt raus wenn keiner was dagegen sagt eisen spitzen ja das wird jetzt 59 69 haben wir da jetzt hier ist ein post das geht auch noch wenn wir noch eisen zu beibringen einer drinnen ist das machen das so 250 da wir hier noch aber ich könnte mal ausladen ich bin einfach zu voll ich habe keine stamina cardio level 1 schon gewirkt radio cardio genau das mit dem schuh ja da habe ich einen drin aber immerhin total überladen ist wo machen wir den muni hin für den fall das hört sich nicht gut an ich mach dir mal hier hin hinter uns ist noch ein zombie da noch nicht er war der erste der starb holz woher holz mucki in der was willst du denn welcher kriegst du was aldo von rechts ja ich nehme den rechts gerade weg achso holz noch bei dir ja da ist ein grüner drin aldo grüner grüner wicker mucki ist weg das ist schlecht ich habe keine schusswaffen die grüne läuft ich habe keine spikes dann bringt ihr in meine richtung ich bin bei euch in der nähe wo seid ihr denn da dahinten spider hätte mehr shit ich muss weg aldo ich muss weg kann ich da bleiben ich muss weg und auch ein stück noch in meine richtung ich sehe den grünen aber muss mich erst durch den anderen und auch ein stück in meine richtung jawohl 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 ich bin nahladen bisschen verwochen ballerst du mit den magnum wer 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 wie was wer ballert damit ok ich baller mit einer schrotz ich baller mit einer schrotz das war proxy mit der magnum ok ich habe mein jahrgewehr gefunden im gelben sack mit nicht mal gleich benutzen einfach nur jetzt weg du feige sau du wo ist die gelbe grüne ist die weg die grüne ist noch oben auf südwest bei aldo ne die ist bei mir alle anderen aber nicht mehr die wollen mich jetzt haben Aldo ich möchte nicht dass du nochmal so mit proxy redest ne der ist ja blau wo ist die grün ne die steht nochmal auf so ooo ooo wie viel hältst du denn aus die dicke kommt mir doch ein stück entgegen ey ich habe vorher kraft ooo 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 so kann man das spiel hast mich doch ja was wollte ich denn geben weil ich muss holz holz ist doch hier und proxie warte mal hier jetzt bleibt doch mal stehen ja ich bin dreimal keller gestorben ist das noch dafür das reicht ein bisschen brust hier habe ich ja da wo ich bin da stehe ich vor dem haus weil ich mir noch eben merken konnte wo ich gestorben ist dann gehen wir kurz gemeinsam der erste noch ein einzig und den habe ich nicht gehört aber ich werde wieder weil ich bin so was von dermaßen überladen ich jetzt auch muss mir jetzt hier mein drückchen weiterbauen ist tot so eisen ist nicht der wollte von draußen rein der war nicht der kann nicht von drinnen raus da muss noch einer drinnen sein eisen läuft spitzen laufen das war eine tante ist noch unten spitzen nehmen wir mal mit ich bin noch drinnen ach du bist doch drinnen so ok einfach ein einfach rein und schon kommt eine von draußen da von draußen wo kommen die her ich habe was aber wo ist sie bei mir gerade so kommt hier hin oben ist auch nichts eben also noch ein aber jetzt machen wir jetzt hier 3 auf die sache richtig habt ihr noch federn alles in den kisten abgelegt ok das ist gut dann ist okay dann lege ich nämlich schon mal ein paar eisenspitzen in die kiste hier wir haben eben das haus ja auch jetzt gehe ich mal hier wieder weitermachen mit meinem ohne auch nicht ging das auto wie ich davor stellte bitte so ich versuche es hier raus zu kommen erstes ist kann auch auf mich jetzt ist ein der bräufe mein gott extra exp das gefällt mir das ist gut weil ich muss ja gucken dass das alle leute angedenken ich habe mir machen das ist schön ja ich habe mein zweites night vision aber ich habe dafür 128 schuss also wer möchte ja ich nicht ich brauche markt umschluss ach so können zwei mit einem magnum ausgestattet werden wir haben wir dases ist das nur noch wohl so ich bin raus du bist ja ganz wo bist du hin achter hin beide erträgten zombies hören dann werden wir haben auch wohl ein bisschen umgebracht ein bisschen aber auch von misericordiaßen vieles wie das ist ein vieles wie hat das der proxy proxy hat aber mit einem stachel knüppel die knüppelt ein schlag und weg war ihr muni ja muni packt gleich in den kisten jetzt entspanne ich kann nichts mehr aufnehmen ich habe hier zwei night vision goggles ich habe extra xp-goggle das ist mir gerade recht ich will erklären ich will mich mal fett und fleisch ich lege noch mal fleisch auf wir haben jetzt genug fleisch läuft und muss man kurz abgabe ist gleich heute das ist eine gläser aus der ich habe hier noch 20 gläser ich mache noch wasser 19 wasser liegen in der essenskiste kann irgendjemand schon jetzt besseres werkzeug als drei ja die eisenspitze liegt doch eisenspitze liegt doch schon ein vierer knüppel ein vierer eisenknüppel meinst du ja okay kommt jetzt noch ein paar minuten ja ich dachte du wärst große dass du hier stehst und dann okay den skrippen wir das machen wir hier jetzt trinken wir noch was und dann ist das so eisen pfeiler sind in der kiste wo ich jetzt gerade von hier drinnen bin so trinken hier magnum oder pistole ich habe magnum glas was machten hier leeres glas wir kennen kraft 3 an der gang ist das was für dich ja da ist ja gut dass ich nicht dazu kam ein chlorhemmer zu basteln hier ist schon wieder allerdings da ist links da sind die federn okay da mache ich dann gerne bolzen für dich reichen 250 bolzen ja klar okay ich bin überfüllt mein kew ist voll und dann aus der kiste kam noch nicht zum ausleeren holz liegt in der kiste und johann holz ist so ich komme hier irgendwie zu nix ich brauche einen größeren q wenn man die mal anschauen das war jetzt auch wenn er schon alt ist und dementsprechend schon nicht mehr die dass er hat aber ein bisschen was kann er doch doch die klasse hat er noch muss ich sagen nun wird denn es schon nicht das steht schon ein transfer also für zwei drei jahre in der bundesliga ich bin gespannt ob der oder kann der strunz wer ist das denn ehemaliger dort vor meiner zeit kenne ich nicht weltmeister im singstar spielen eigentlich so momentan dort man dann noch bis jetzt zum wechsel so mal noch becken den ex hast du mir schon meinen kippe gemacht na der ist in der q wie gesagt ich hast du noch nicht zu wenig platz der braucht noch ungefähr zwei minuten okay die halte ich noch aus warum machst du denn eigentlich in der q wir haben doch extra eine workbench ja die ist voll ach so die ist auch voll das ist alles voll ich weiß noch nicht was er da macht aber die ist wahrscheinlich voll was macht er da ja gut das ist natürlich klar was doch das macht er macht krabbelstern okay na gut ja und spikes ja gut machen wir schnell wieder zurück auf einer all wieder weg so noch 50 sekunden dann sind die feile durch liegen übrigens in der kiste wird noch nicht gesehen hat eisen feile in der kiste links gerade schön ruhig hier mit die dörungen schießen jetzt haben wir aber alles verarztet und die uhrzeit ich dachte wir stecken jetzt sowieso bestimmt auch da denke ich auch ja irgendwann in der nacht ja ich ist so schöne kann es nicht nutzen mucki level 22 wow das ist wenn du wenn du farmst alter das geht richtig gut so ja mavalut und block der mit scherad auf 5 so äh aldor 5 5er axt mache ich mal in die musik ist überhaupt 5er axt ne was hast du gesagt was du willst ach so wer wollte werkzeug 5er werkzeug keine ich nehme ich dann wenn er macht ganz macht hat eigentlich noch irgendjemand normalen bogen ja ja dann mache ich auch 5er bogen ich habe meinen sogar schon reparieren müssen heute einmal kräfte ich habe angst kräfte geschützt mich versuche es ich kann es aber nicht versprechen sein firm war reinforced liegt übrigens auch in der kiste die ich in 20 sekunden freigeben werde dann liegen auch bogen drin was ist denn da hinten noch alles blau ich würde es glaube ich gar nicht wissen was die da hinten alles machen so nichts könnt ihr alle rausholen hier aus der hier vorne da wo willst du hin muni muni werkzeug hütteldings dingsbums knüppel ah knüppel and whatever und jetzt kriegt der bräubolf kriegt seine bolzen seine bolzen bolzen 250 bolzen willst du sozusagen die jungs aus dem haus hier haben halt für jungs halt für jungs du willst die jungs aus dem haus haben oder was jetzt kommt nicht mit der schroffschlitter für euch jetzt schon wieder zombies oder was so jetzt habe ich ja eigentlich immer noch nichts in sachen baseball hingekriegt das ist ja ganz toll die schürzen aus du kannst du ein mini-bike oder 4x4 auto machen das stirbt gleich schon wieder was oh man wo rennt der bräubolf schon wieder rum was wenn man ein 4x4 auto machen kann ich bin auf ihn drüber die alte bräubolf voll blutes oder ist egal wo bist du denn hä das nenne ich mal einen schönen blauen knüppel diese kacke nachher wieder wie sie trocken wird auf dem typen alter was macht ihr da keine ahnung guck mal hier im roll rollwolf rollwolf hier guck mal hier oh mein gott vielleicht brauchst du davon was also mucki ich glaube es ist noch zu leicht he wieso was er angewacht die trauen sich immer noch nachts raus danke sehr wohl das geht ja nicht vorsicht alles gut wir müssen uns da irgendwas einfallen lassen oh also ich hätte ja die grünen cops gelassen ich wollte es ja nicht mehr nee ich wollte es nicht so extrem haben aber geiße ich glaube du hast recht wir lassen uns beim nächsten mal was einfallen ist ich du hast das es ist dann kriegen sie wie es ist nicht ungebracht hör sie dir an NPC ist eine Nacht, die nur auf Karacho und auf Preuwolf geht nur weil die sich nicht raustrauen Preuwolf siebenmal gestorben Kochsi schau dir die Kills an du hast 18 ich hab 55 glaube ich das ist ja nicht so richtig ein Verhältnis ah ist kein Verhältnis hinter dem Haus hier ist ein Zombie-Bär ja den nehmen wir ich glaube wohl dass die Kills im Verhältnis sind nö der Käpt'n hat ein gutes Verhältnis 94 zu 2 also ich würde sagen wir locken 154 0 wow das ist mal meine einzigste Gefahr war die Lebensmittel ola die Waldfee wir haben hier ungefähr 6000 Coins drinnen Leute ja ich habe 17.000 deine Bolzen sind gleich fertig Preuwolf mit den Gold und Silber Nuggets alles mögliche das würde ich dann beim nächsten Mal machen das ist gut Bolzi Bolzi beziehungsweise ich weiß ja nicht ob jemand noch Skippunkte hat um Bader Barter freizuschreiten weil Abstufe oh da kommt ein Kotzer aus Nordwesten den machen wir den kam doch mal ganz zufällig jetzt machen wir ähm was ist Nordwesten Nordwesten ja bei dem Spider bin ich jetzt dran der Kopf wird aber auch bestimmt hier bald auftauchen beim Haus äh wo denn? hinter dem Haus wieder da wo der Bär 2 1 ach Mist Klappen hinter dir hinter dir Bolwulf Alter 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 weil ich dir das Leben retten musste jetzt sterbe ich Alter wenn Bolwulf von zwei Zombies sind der hat nicht geschnallt dass er zwei Zombies sind das ist aber auch schöne Blumentöpfchen hier aber so so jetzt haben wir noch ganz viele Steine Die Armut fliegt zu schnell nach, ich hab's gesehen. Ja, Archery. Hier seid mir Menschen. Ups, da fehlt ein Kopf. Da kommt noch irgendwo einer. Ich hab noch einen gehört im Haus, glaube ich. Jetzt ist hier Stille. Ich komm wieder zurück. You are cold. Wieso hab ich schon wieder kalt? Ausrufezeichen NT, was heißt das? No problem. Wieso hab ich kalt? Ach du scheiße. Was denn? Jetzt müssen wir machen. Was? Jetzt ist Karacho, meine Whitney Houston und ich bin sein Kevin Costner. Oh. Oh, das sieht nicht gut aus. War's bei mir? 2-1. Ah, scheiße. Und ich war bei einer da. Was ist jetzt passiert? Ich werde dich rächen. Oh, da hab ich nur gepasst. Ich hör sie schon an dich futtern. Wo bist du denn da? Wo bist du denn da? Oh. Oh, noch eine Schieliederin. Genau. Jetzt ist sie kopflos. Was haben wir denn gemacht? Weißt du, Bräubolf, hast du noch Karachos Rucksack im Blick? Weil der ist ja jetzt nochmal gestorben. Nee. Warte, ich guck mal eben. Ah, Jungs. Also den einen Rucksack, den sieht er ja hier, wo ich bin. Aber den anderen weiß ich nicht, wo ich im Falle was habe. Das weiß ich auch nicht genau. Und wo der hinterm Haus? Hab ihn. Hast du? Ja. Und dann hab ihn komplett eingesammelt. Nee, das ist der falsche gewesen, den du eingesammelt hast. War der letzte? Nee, der letzte. Das war der letzte Maus hier. Ja, weil der hier, deiner liegt hier noch der andere. Ja, Search Backpack, deiner liegt auch noch. Den davor, den siehst du ja nicht mehr. Dann sammelt einen und kommt hier hin. Wieso, hier liegt doch einer? Hier. Ja, der wird mir aber nicht mehr angezeigt. Okay. Wurde mir nur der angezeigt, den Wollwolf dann scheinbar aufgenommen hat, dann passt das ja. Ach so, war da nichts mehr drin in dem Rucksack, den du ihn hast? Kann das sein? Doch, Stahl und äh. Hä? Ich weiß nicht, warum das war. So, komm Rollwolf, strategischer Rückzug. Nein, da war nur ein bisschen Gras und ein paar Steinfalle drin. Ey, das darfst du nicht so laut sagen, dass ich da Gras drin hatte. Ich hab keine, ich hab keine Frames. Was nur, wollen wir hier noch mal rein gehen, oder was? Nein, ich brauch noch mal, dass keiner Frames setze. Was? Ich hab keinen Holznikreis. Ja, das ist doch da. Ich glaub, das lag alles in den anderen. Boah. Proxy. Hä? Du stehst im Weg. Anderley, hoch, komm. Ja. Ach so, ich sollte noch die Munition mal wegpacken. Sollte ich mich mal leer machen? Boah. Ja. Wird gleich runterzählen und dann würde ich den Zauber runterfahren. Carraro hat auch einen Mininghelm. Jo. Wahnsinn. Wie ich ja einzige, der kein Mininghelm hat. Nein. Okay. All genau. Und, äh. Erstmal um die Sprache. Nur für den Fall, der Fälle, falls ich, äh, zum Beispiel arbeiten bin oder sonst was. Kann alles sein. Das ist schwierig. Weiß ich noch nicht. Ähm, ich lege in die Kiste, ja, außen rechts meinen Loot rein. Ja. Ja. Das ist gut. Damit ihr den Loot habt und das nicht umsonst wollen. Ja. Äh. Hier, komm mal zu mir. Der Kiste habe ich dir jetzt deine Sachen reingepackt. Ob das so stimmt? Der hat er sowieso nicht. Ja. Oh. Ertom. 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 Locken wir jetzt auf oder packen wir hier? Ja. Ich zähle jetzt runter und mach Schatter. Alter. War das hier los? Was ist hier los? Er kann doch nicht bei den Gertrub so zu uns zwingen. Was bin ich denn da? Ich habe alles in die Kiste gelegt. Gott sei Dank. Aber macht mir das nicht sofort.